Dünger vom Frühstückstisch. Hallo zu einem neuen Video von Gartenmoni. Hallo. Wir haben heute zusammen gefrühstückt und jetzt haben wir uns gedacht, wir holen euch mal dazu und zeigen euch, was so am Frühstückstisch alles anfallen kann oder was bei uns jetzt angefallen ist, was man als Dünger im Garten oder auch bei seinen Zimmerpflanzen verwenden kann. Genau. Und da fangen wir gleich mal an. Wir haben natürlich Frühstückseier gehabt. Da fallen dann die Eierschalen an. Die sind da vorne noch. Und die kann ich jetzt ganz dringend brauchen. Ich sammle die nämlich immer. Und momentan gibt es hier die Schnecken, junge Pflanzen. Und die Schnecken, die lieben natürlich die jungen Pflanzen. Und dann werde ich die so grob zerkleinern und streue die dann um die Pflanzen. Vielleicht gleich um mehrere, einen großen Kreis rum, streue ich die. Streue noch ein bisschen Kaffeepulver getrocknetes. Und da gehen sie dann nicht drüber. Also ich muss sagen, ich habe momentan mit Schnecken überhaupt keine Probleme. Kaffeesatz, der ist jetzt noch nicht trocken. Sieht man ja da. Der ist noch nass. Den trockne ich. Aber ich habe natürlich noch einen getrockneten da. Und den verwende ich dann dazu zum Rumstreuen. Den Kaffeesatz, wie gesagt, den trockne ich. Und das Filterpapier, das trockne ich auch. Und nehme es natürlich wieder für die Blumentöpfe, wenn ich etwas einpflanzen will. Kennt ihr ja, das Video. Und neulich habe ich etwas dazugelernt. Da hat die Moni auch den Kaffeesatz zum Beispiel dafür verwendet, um oben auf die Kartoffeln draufzustreuen, auf die Kartoffelpflanzen, dass der Kartoffelkäfer sich dann gar nicht erst niederlässt. Ja, haben wir auch ein Video gemacht. Ja, genau. Das verlinken wir auch gleich. Ja, ja. Und das hilft wirklich. Also ich habe vor Jahren, habe ich eben nochmal Kartoffelkäfer gehabt und habe das mit dem Kaffeepulver dann probiert und hat funktioniert. Da waren auch schon die Eier von den Kartoffelkäfern da. Und das war dann weg. Die Kartoffelkäfer waren weg. Und ich mache das jedes Mal jetzt, so wenn die Kartoffeln aufgehen oder treiben und ich lasse die dann rauswachsen von der Erde, weil man häufelt ja immer noch erst am Anfang wieder an und deckt die zu. Und wenn dann nicht mehr, dass man es wachsen lässt, oben immer Kartoffelsatz streuen. Die kommen gar nicht mehr. Also ich habe keine mehr gehabt. Du meinst Kaffeesatz, nicht Kartoffelsatz. Oh Gott, oh Gott. Das ist ein Klassiker mittlerweile. Na ja, klingt ja so ähnlich, oder? Ja, und natürlich auch. Kaffee ist noch ein Rest da. Keiner will nichts mehr. Der ist kalt, mag man nicht. Der ist kalt, mag keiner. Aber schön genug Zimmer, ne? Stimmt. Ja, und den nehme ich jetzt dann zum Düngen von Pflanzen noch. Auch wenn es bloß ein paar Schluck sind. Aber irgendeine Pflanze freut sich, ob jetzt das Rose ist oder auch Gemüse, Tomaten und so weiter. Ja, alle wollen den Kaffee haben, den Restlichen, ne? Ja, und was haben wir noch? Ach ja, da. Was habt ihr gegessen? Kohlrabi haben wir gegessen. Wir mögen das gerne so als, ja, ich sag mal so als Aufstrichersatz, kann man es jetzt schon nennen. Brotbelag. Ja, Brotbelag, das klingt besser, ja. Dass wir halt den Kohlrabi so in feine Scheiben schneiden und dann legen wir den quasi mit auf die Semmel halt drauf oder aufs Brot, je nachdem. Und ja, mögen wir total gern. Ist zwar untypisch für Frühstücksgemüse, aber wir mögen das halt. Und die Reste davon, die werden natürlich auf dem Kompost dann gelagert und dann kannst du es zersetzen und dann wird Erde draus produziert. Genau, oder man könnte die jetzt auch ganz klein schneiden und gleich einmal um Pflanzen ein bisschen mit einhacken, weil dann kompostiert es gleich da in der Erde auch, wenn so kleine Sachen sind. Und ja, das habe ich auch schon gemacht. Kann man ja gleich mal machen. Wir haben ja noch alles hier. Der hier ist noch übrig geblieben. Der stammt natürlich frisch aus dem Garten, ich glaube aus dem Hochbeet sogar, aus dem selber gebauten. Ja, ja. Der ist noch übrig, drei Stück hat man. Der kommt dann abends dran. Ja, genau. Und die Schalen könnte man eigentlich, also wenn du willst, dann schneide ich sie dir rein. Schneidest man sie, ja, dann tue ich die irgendwo einhacken wieder. Man muss es doch nicht auf den Kompost machen. Nein. Jede Gemüsepflanze freut sich drüber. Man kann auch dann noch Eier scheinen, fein mahlen und kann mit runter tun. Und ja, mehr haben wir aber jetzt heute nicht an Gartenabfällen da, oder? Nein, das reicht dabei, nicht? Wir wollten eigentlich nur zeigen, was so anfällt und was normal dann entweder in die Tonne landet, in die Biotonne oder auch in Kompost. Aber man kann das anderweitig auch noch verwenden. Und das war jetzt eigentlich der Sinn der Sache. Ja, genau. Ja? So? Ja, wunderbar. Ja. Das war's. Ja. Ja. Gut. Dann... Bitte? Das ist dein Kanal. Ja, wenn euch unser Video gefallen hat. Ja, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert mal den Kanal, aktiviert die Glocke. Wer mich unterstützen will, kann oben mal klicken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gartenmoni. Kerstin. Andi. Und die zwei Hunde. Die museln ja noch, das sieht man noch nicht. Tschüss. Tschüss. Nie. Ich zeige euch da. 嗯, ich schau sie sich станet für. Hunger ihrDD, die zwei Hunde. Ja. Und di unui Canada. Ich befehle uns. Vielen Dank.